Der Morgen macht den Tag, aber der Feierabend macht die Modellbahn erst so richtig schön. Ups, das ist wieder was aus meiner Sprüchekiste. Und damit willkommen, liebe Modellbahnfreunde aus nah und fern zu Freitalk. Die Modelleisenbahn hat ja in den letzten zwei Jahren mächtig an Popularität gewonnen. Viele haben die Modellbahn wieder für sich entdeckt und erfreulicherweise auch im zunehmendem Maße junge Familien. So circa ein Drittel aller Modellbahner sind dabei in Modellbahnclubs organisiert. Klar, in der Gemeinschaft geht halt vieles besser. Doch was ist mit den vielen Einzelkämpfern, die keine Hilfe und Betreuung durch einen Club in Anspruch nehmen können oder wollen? Ich glaube, da habe ich was für Sie. Neben dem örtlichen Modellbahnclubs gibt es ja auch noch einen Modellbahnverband. Tja, und was macht und vor allen Dingen, was kann denn so ein Verband? Darüber möchte ich heute sprechen mit Jürgen Wietheuper, den ersten Vorsitzenden vom Modellbahnverband von Deutschland. Und er zeichnet verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, ist der Webmaster für die Homepage und ist der Redaktionsleiter für die Verbandszeitschrift Forum, die ich hier in den Händen halte. Und zum anderen Frank Hilferkus als sein Stellvertreter. Und der ist verantwortlich für den Social-Media-Bereich und vertritt, so hat er es mir mal verraten, die jüngere Generation innerhalb des Verbandes. Tja, und von beiden erwarte ich heute interessante Einblicke zur Arbeit des Modellbahnverbandes von Deutschland und natürlich auch Antworten dazu. Willkommen in meiner Sendung Freitalk. Hallo. Hallo. Ja, und über was ich heute mit euch beiden sprechen möchte, habe ich ja schon kurz angerissen. Und meine erste Frage, die ich gleich mal so in die Runde werfe. Verbandsarbeit ist jetzt hoffentlich nicht ganz so trocken, wie es klingt, oder? Na ja, trockene Verbandsarbeit, sicherlich wie auch in jedem anderen Verein gibt es einiges Formales, was zu regeln ist. Aber es ist an sich schon eine sehr lebhafte Geschichte. Wir verstehen uns ja als Dienstleister für unsere Mitglieder. Das sind Vereine, Vereine jetzt im weitesten Sinne wie auch immer organisiert, aber auch eben Einzel- und Familien, die bei uns Mitglied sein können, die eben aufgrund ihrer Größe oder manchmal ja Kleinheit eben vieles nicht so regeln können, organisieren können, wie man es so als große Gemeinschaft machen kann mit weit über 5000 Mitgliedern, die wir hier im MOBA haben. Wir bieten denen also einiges an Leistungen an, sei es im Versicherungsbereich, gerade auch bei Veranstaltungen, aber auch für die Vereinsräumlichkeiten, für die Wertsachen des Vereines, sei es aber auch sonstige Leistungen, die Vereine brauchen, die wir auch günstiger anbieten können. Ich sage jetzt mal als Beispiel Versicherungen, Leihwagen, solche Dinge. Da gibt es also einiges, wo die Vereine das brauchen. Auch sind wir eine gemeinsame Plattform, um sich auszutauschen, regional und überregional. Wir sind ja auch von der Messe Dortmund, also der Westfalenhallen GmbH und von der Messe Erfurt Partner. Wir machen mit denen zusammen ja auch Veranstaltungen, die Intermodellbau in Dortmund, beziehungsweise die Modellleben in Erfurt, wo wir also den Modellbahnbereich betreuen, uns um die Anlagen kümmern, damit natürlich auch den Vereinen eine Möglichkeit bieten, sich auch mal überregional zu präsentieren. Und nicht nur, nur in Anführungsstrichen gesprochen, regional vor Ort mit dem Tag der offenen Tür oder mit anderen Vereinen zusammen Dinge zu machen. Insoweit versuchen wir dort den Mitgliedern entsprechend Plattformen zu schaffen, weiterzuhelfen, um eben einfach auch bekannter zu werden und darüber dann auch zu wachsen. Das ist ja eine Menge Holz, Jürgen, was du gerade vorgetragen hast. Und als jüngstes Beispiel fällt mir ja eigentlich auch diese Umweltkatastrophe im Ahrtal ein. Da war der ja auch sehr aktiv und da waren ja, glaube ich, auch Modellbahnverbände dabei oder Modellbahnclubs, vorbisher gesagt, muss ich ja sagen, Modellbahnclubs dabei, die da in arge Schwierigkeiten geraten waren. Wie sah denn dort zum Beispiel die konkrete Hilfe aus? Wir haben ja leider auch Vereine gehabt, die zu Schaden gekommen sind, dort im Ahrtal bzw. im Niederrhein-Bereich. Neben den vielen persönlichen Schicksalen, die ja natürlich bei der Flutkatastrophe da waren und auch mit den vielen wirtschaftlichen Problemen, die die Menschen dort hatten, muss man natürlich auch sehen, es gibt auch eine Zeit nach der Flut, wo dann auch wieder der Alltag einkommt, wo der Mensch auch Ablenkung braucht. Und diese Vereine dort sind im Prinzip nahezu auf null reduziert worden. Die Vereinsheime existieren nicht mehr, die Anlagen existieren nicht mehr, die stehen bei null. Und da ist natürlich auch unser Versuch dort, dort materiell, aber auch ideell zu helfen, um etwas mehr wieder neben allem Lebensnotwendigen auch den Alltag mit seinen Ablenkungen wieder auf die Beine zu bekommen. Aber ich glaube, da kann Frank noch viel mehr zu sagen. Da kommen wir, ich dachte mal, dazu. Du hattest, da hat der Frank, ich muss jetzt mal unterbrechen. Lieber Frank, du kannst gleich was dazu sagen. Ich wollte dann doch schnell, wenn du gestattest, eine Frage an den Jürgen loswerden. Jürgen hat ja jetzt sehr viel hauptsächlich über Vereine gesprochen. Wie ist denn es aber jetzt, wenn ein Einzelmitglied, eine Familie, ein junger Modellwarner zu euch kommt? Ich bin in keinem Verein, bei uns gibt es keinen Verein. Ich möchte aber trotzdem eine umfassende Betreuung haben. Kann der sich bei euch anmelden? Natürlich. Also wir haben einiges im Mitgliederbestand, was also Familien sind, als auch Einzelmitglieder. Teils, weil sie eben vor Ort gar keine Infrastruktur, sprich keine Vereinslandschaft haben. Teils, weil sie es auch eben selber, Eigeninitiativ machen wollen. Und die werden von uns genauso betreut, wie eben auch die kleinen und großen Vereine, die wir als Mitglieder haben. Da machen wir gar keinen Unterschied. So, und wer jetzt Interesse hat, meldet sich wo an? Der meldet sich am besten bei mir in der Geschäftsstelle. Die Daten findet er dann auf der Homepage des MOBA und dann wird alles weitere im direkten Kontakt besprochen. Und dann endet es hoffentlich in einer Mitgliedschaft im MOBA. So, die Adresse haben wir jetzt nochmal als Service für Sie eingeblendet, liebe Zuschauer. Wer also Interesse hat, in einem Verband tätig zu werden, beziehungsweise im Modellbahnverband von Deutschland tätig oder Mitglied zu werden, um bestimmte Vorteile zu genießen. Welche das sind, kann man dann auf den Webseiten nochmal nachlesen. Bitteschön, unser Service, hier ist die Adresse. So, Frank, jetzt komme ich zu dir. Du hattest ja, wir hatten das Ahrtal angesprochen und du wolltest zum Ahrtal nochmal was sagen. Ja, das Ahrtal selber war natürlich vor einem Jahr eine riesige Katastrophe. Wir hatten halt sehr viele Kontakte direkt zu den Mitgliedern, zu einzelnen Familien, zu Jugendlichen vor allem, die da auch von betroffen waren. Wir haben verschiedene Vereine, wie schon Jürgen gesagt, die kompletten Totalausfall nehmen mussten, überleben mussten sozusagen. Und ganz wichtig, wir haben die Kommunikation mit den neuen Medien gemacht. Das heißt, da haben wir im Endeffekt kurze Kommunikationen gewählt, ob das in Facebook war oder Instagram oder entsprechende WhatsApp. Wir haben Gruppen gelöst, wo dann die Mitglieder sich dann einschreiben konnten. Wir waren vor Ort. Das war das Entscheidende. Wir haben als Verband geholfen. Wir haben das ein bisschen koordiniert und haben die Hilfestellung halt vor Ort geleistet. Das heißt, wir haben kräftig angepackt, haben natürlich die Katastrophe gesehen und konnten da auch direkt helfen. Ich kann mich da ganz gut daran erinnern, dass du im Facebook ja fleißig gepostet hast. Es gab also viele Bilder und es hat schon betroffen gemacht, dass also gerade im Modellbahnbereich dort einige Vereine waren, die vor dem Nichts standen. Und ich glaube, wenn man sich das im Nachgang nochmal anschaut, es war schon brutal. Wie sieht es denn eigentlich heute aus? Hast du noch Kontakt zu denen? Also wir haben natürlich Kontakt dazu, noch zu den einzelnen Vereinsvorsitzenden, wie auch zu den Mitgliedern. Wir hatten jetzt gerade sogar ein frisches Treffen hinter uns in der Gegend halt und am Wochenende haben dort nochmal einen aktuellen Überblick bekommen. Es sind viele Vereinsheime, die jetzt erst eine Notunterkunft bekommen haben. Das genannte TINI-Haus, das ist hier in aller Munde sozusagen. Das sind zum Teil Vereine oder aktuell im Notbereich, in Garagen zum Teil. Zum Teil sind aber auch noch Vereine mit kompletten Aufbau betroffen. Das heißt, die bauen Stein auf Stein ihr Vereinsheim halt neu, wo wir entsprechend auch als Verband sozusagen auch helfen im Hintergrund. Es ist also noch eine Menge Arbeit zu tun und ich denke, das wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern, diese Vereine da, die da besonders von dieser Unwetterkatastrophe betroffen waren, eben wieder in ihren alten, gewohnten Bahnen arbeiten können. Jetzt aber nochmal zu deiner Funktion im Modellbahnverband in Deutschland. Du bist ja der Social-Media-Experte. Das heißt, was betreust du denn ganz genau im Modellbahnverband? Also ich betreue aktuell alle Social-Plattformen mit dem Schwerpunkt natürlich aktuell Facebook und Instagram. Ich bin zuständig für die Anbindung von Terminen von den Vereinen. Das heißt, ich bekomme tagtäglich Informationen, teile die Informationen, mache Absprachen in dem Bereich Terminbereich und vor allem ganz wichtig jetzt aktuell Aktivitäten von Vereinen. Ich bekomme sehr viele Videos, ich bekomme halt auch Bilder zugepostet. Und diese Verteilung mache ich halt komplett dann mit den Vereinen, mit den Vereinsvorsitzenden oder auch Beauftragten. Ich habe damit auch Kontakt zu vielen jungen Leuten. Junge Leute, was heißt das für mich im Endeffekt? Das sind Jugendliche, die sich mit den Medien sehr gut auskennen. Das kann ein 15-Jähriger sein oder ein Beispiel aus dem Ahrtal. Ich habe dort mit den Jugendbeauftragten gesprochen. Das Mädel ist 14 Jahre alt und dementsprechend können wir uns halt koordinieren. Das ist halt toll, dass auch gerade Jugendliche wieder ihr Hobby gefunden haben, das auch neu entdeckt haben. Und das möchten wir eigentlich auch als Verband vermitteln. Die Freude an der Modelleisenbahn und das merken wir, das können wir natürlich deutlich leichter erreichen mit den Social-Media. Ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Satz gewesen, den du gesagt hast, die erreichen vor allen Dingen der jungen Leute. Es hat sich ja vieles gewandelt, muss ich jetzt mal sagen. Und damit leite ich mal ganz vorsichtig das nächste Gesprächsthema über. Die gute alte Zeitung hat ja eigentlich ausgedient. Ich meine, wenn ich so gucke, was in der Fachpresse noch übrig geblieben wird, was da bereinigt worden ist, da ist wohl, wenn ich jetzt das Stichwort sage, neue Medien ja wohl ganz vorn angekommen, auch bei den Älteren, sage ich mal. Nun ist es ja so, dass die Modellbahnindustrie ja in den letzten zwei Jahren ja nicht mehr ganz so rund lief. Und wenn ich in die Zukunft sehe, wird es wahrscheinlich in Bälde nicht ganz so viel besser werden. Gibt es denn eigentlich von eurer Seite einen Überblick, was die Landschaft draußen im Einzelhandel oder was im Einzelhandel passiert ist? Es ist ja eine längerfristige Entwicklung schon, dass ja viele Geschäfte, die als Teilsortiment oder eben auch als Fachgeschäft in der Fläche da waren, aus Altersgründen, aus wirtschaftlichen Gründen ganz unterschiedlich vom Markt gegangen sind. Und dafür eben der Onlinehandel zugenommen hat. Es ist sicherlich jetzt eine Mischung da zwischen beidem, was auch jeweils absolute Berechtigung hat und auch für den Kunden sehr viel Sinn macht. Das Wichtige ist eben, dass der Kontakt zwischen Kunde und Hersteller, zwischen Kunde und Händler bestehen bleibt. Dass dann eben auch dort man die Möglichkeit hat, sich mit den Produkten auseinanderzusetzen. Da bietet teilweise das Internet mehr als früher der Einzelhändler, der eben nur ein überschaubares Warenangebot hatte. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer wichtig, etwas in die Hand zu nehmen, das haptische, eine Probefahrt mit dem Fahrzeug machen zu lassen. Also da sind beide Seiten mit Vor- und Nachteilen und da muss dann jeweils aus der jeweiligen Situation heraus der Kunde das Beste für sich machen. Aber ich glaube, beides nebeneinander ist eine gute Lösung geworden. Das denke ich auch. Frank, wie siehst du das? Ich sage mal, es wird ja immer wieder viel geschimpft über den Onlinehandel. Der Onlinehandel macht die Modellbahnen kaputt, macht die Preise kaputt etc. Es gibt sicherlich hier und da ein paar schwarze Schafe, aber kann man das generell so sagen? Wir selber sehen das aktuell eigentlich nicht. Wir sehen das als Miteinander natürlich in dem Bereich dann halt. Die Inflationsflüsse ist deutlich schneller geworden. Das, was wir in den Jahrzehnten kannten. Die Schnelllebigkeit auch gerade von Produktvorstellungen und vor allem die Plattformen haben sich geändert. Und das muss ich mal provokant meine Frage einfach mal stellen, lieber Frank. Thema Online-Marketing sozusagen, Online-Verkauf wird ja ein bisschen von vielen Händen negativ dargestellt. Und meine provokante Frage ist, ist das Online-Marketing nicht der Tod unserer bisherigen Kaufverhalten, was sie in Deutschland halt haben? Also ich denke, du sprichst jetzt gerade direkt Extrem24 an. Also wir sind ja vor dreieinhalb Jahren an den Start gegangen. Und ich weiß, wir waren in dem Bereich erstmal sehr stark angefeindet. Es gab also eine große Gruppe von Händlern, die also der Meinung waren, dass jetzt also vieles sterben wird und dass wir alles kaputt machen. Es hat sich ja nun, wie man so sieht, leider Gottes nicht bewahrheitet, diese Prophezeiung. Sondern ich möchte mal an der Stelle jetzt auch in der Öffentlichkeit darüber, was das Online-Marketing und Online-Verkaufen betrifft, eine Lanze brechen. Der Online-Handel hat sicherlich neben dem stationären Handel, das hat auch Jürgen gerade gesagt, seine Berechtigung. Das ist ganz einfach, weil auch die Arbeitszeiten, die Arbeitswelten haben sich verändert und oftmals ist es so, dass also Modellbahner nicht zu den Zeiten da sein kann, wo sein Modellbahngeschäft offen hat. Also weicht er auch auf das Internet aus und in den Online-Markt. Und den Online-Markt, den hat es ja eigentlich schon immer gegeben oder als er aufkam, gegeben. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich Kunden weggenommen hat. Ich glaube, da gibt es ein Riesenproblem zwischen Marketing, was du ja vertrittst, und zwischen Handel. Also auch der stationäre Händler hätte sollen müssen, hier und da vielleicht auf dieses Pferd mit aufspringen. Das bloß mal nebenbei. Ich möchte aber für Xtreme sagen, wir wurden ja, wie gesagt, sehr angefeindet, weil wir die Preise kaputt machen und so weiter. Was ist Xtreme24? Wir sind zum Beispiel eine Plattform, das kann man wie bei Amazon oder ähnlichen oder es gibt ja noch mehr Plattformen, wo was verkauft wird. Und auf unserer Plattform vereinen wir sowohl Händler als auch die Industrie der Möglichkeit zu geben, über unsere Plattform, weil sie es vielleicht selber nicht schaffen, einen Online-Auftritt hinzubekommen, ihre Waren anzubieten. Oder eBay zum Beispiel, das ist zwar keine Plattform, aber es ist so ähnlich, das Prinzip. Und ich glaube, dass wir da eigentlich die Hand gereicht haben denen, die also nicht, was den elektronischen Markt betrifft, so ein bisschen fit waren. Also ich denke, wir sehen uns als Bereicherung im Bereich des Online-Handels, aber nicht als Gegner. Ja, lieber Frank, wir sehen uns eben als Plattform zwischen der Modellbahnindustrie, den Mitgliedern, den Vereinen und den Einzelmitgliedern und natürlich zur Industrie. Das heißt, wir verknüpfen, wir machen das Netzwerk halt möglich zwischen den entsprechenden Personenkreisen. Und vor allem, wir haben ja auch sehr gute Kontakte zu den Verbänden und dementsprechend haben wir natürlich dann auch diese Schwerpunkte bei uns im Verband gesetzt. Und wir entwickeln halt neue entsprechende Formen, Anbindungsmöglichkeiten. Wir haben Plattformen jetzt aufgebaut, auch in Social Media wie auch auf der Homepage, dass zum Beispiel unsere Fördermitglieder sich dort präsentieren können und auch ihre Produkte neu vorstellen können. Andererseits haben wir das Thema Verband gerade genommen und da würde ich gerne an Jürgen übergeben, vielleicht ein bisschen zu erklären, wie dann auch unsere Zusammenarbeit mit den Verbänden halt aussieht. Wir haben ja nicht nur Verbände im Modellbahnbereich, die Kollegen vom BDF, sondern eben auch in den anderen Modellbausparten. Und man trifft sich dort regelmäßig auf den Messen bei Veranstaltungen und tauscht sich dann aus. Die, ich sage jetzt mal Aufgaben, ich will nicht das Wort Problem benutzen, aber die Aufgaben und die Veränderungen gelten für die gesamte Vereinslandschaft, damit auch für die Verbandslandschaft. Ob ich jetzt die Flieger habe, ob ich die Schiffsmodellbauer habe, die RCK-Fahrer oder auch die Modellbahner. Jetzt habe ich wahrscheinlich noch einen ganzen Schwung vergessen. Da ist es natürlich ein Hauptthema, jetzt Stichwort Stillstand ist Rückschritt, also die weitere Entwicklung mitzubekommen und eben auch zu unterstützen, dass es das Hobby auch morgen noch gibt, sprich die gesamte Jugend- und Nachwuchsarbeit dann nach vorne zu bringen. Und auch da sehen wir uns als Unterstützer der Vereine, um denen, also auch da, ich nenne es mal logistisch, zu helfen, um denen Hilfestellung zu geben. Wie kann ich jetzt neue Mitglieder gewinnen? Erstmal in der Spanne, ich sage mal von 8 bis 80, aber natürlich auch speziell im Jugendbereich. Wir haben jetzt ja, Frank, du hast es vorhin einmal gesagt, in den letzten zwei Jahren hat sich ja einiges getan. Auch eine Rückbesinnung auf das Hobby. Manch einer hat wieder seine Sachen vom Speicher und aus dem Keller geholt, aber auch viele, die neu ins Hobby gekommen sind. Und jetzt ist es wichtig, wo eben auch viele Alternativ-Freizeitangebote wieder greifen, diese Personen beim Hobby zu erhalten und denen deutlich zu machen, welche vielfältigen Möglichkeiten das Hobby gibt. Und das gilt natürlich auch für die, die noch nicht beim Hobby sind, weil, gut, vielleicht sehe ich es ja dann zu sehr im Tunnelblick, aber ich glaube, es gibt nur ganz wenige Hobbys, die so breit aufgestellt sind von den Fähigkeiten, die ich haben muss, um das Hobby auszuüben. Ich sage jetzt mal Holz, Strom, Kreativität, Landschaftsbau, Digitaltechnik und, und, und. Da können wir wahrscheinlich noch eine Viertelstunde aufzählen. Und das macht das Hobby ja so spannend und eben auch anspruchsvoll. Und da sind wir dann auch wieder bei den Vereinen, weil ich habe halt nicht überall denjenigen, der in allen Gewerken absolut fit ist. Aber im Verein finde ich einen, der die Lösung ist für das Problem, was ich gerade habe. Und dieser Austausch in den Vereinen ist dann eine sehr bereichernde Geschichte und man hilft sich gegenseitig. Vielleicht macht es ja auch gerade die Mischung, wenn man sich die heutige Zeit betrachtet oder die Entwicklung der Modellwahn generell mal betrachtet, dank der Computertechnik und der vielfältigen Apps und Programme, die es gibt, die man also benutzen kann, von der Planung bis zur Steuerung, macht es ja auch wieder für die Jugend interessant. Also dann wurde ja mehr oder weniger dank der neuen Technik die Modellbahn so ein bisschen aus dem Hinterzimmer rausgeholt. Vielleicht ist es auch das, was die Zukunft der Modellbahn macht. Ja, mit Sicherheit. Also ich kann eine kleine Story bei uns aus dem örtlichen Verein bringen. Wir hatten vor einigen Jahren ein Mitglied 14, 15, der dann mal irgendwann wohl in der Schule erzählt hat, dass er Modellbahn macht. Och, das ist ja uncool. So und irgendwann hat er es dann mal geschafft, ein paar Schuhkollegen zu einer Veranstaltung zu überreden, zu kommen. Und als die dann sahen, dass er dann mit dem Tablet durch den Saal lief und vom Tablet aus die Anlage steuern konnte, er als jüngstes Mitglied damals im Verein, dass man ihn das auch ließ, war plötzlich das Hobby nicht mehr so uncool. Und er hatte also ein paar dicke Freunde mehr, die sehr interessiert waren, wie das denn alles so geht. Es ist ja auch, sagen wir mal so, wie du schon sagtest, cool und uncool, um mal diese Worte zu betrachten. Wenn ich natürlich ein RC-Modell habe und ich haue das raus, hier diese Geländepflitzer und stehe mit der Fernbedienung da, habe ich sofort hunderte von Zuschauern. Natürlich, wenn ich meine Modellbahn im Keller oder am Dachboden betreibe, habe ich das nicht. Das ist vielleicht immer so ein bisschen das Hindernis bisher gewesen. Aber wie gesagt, Gott sei Dank hat sich das ja auch wieder ein bisschen gelegt. Man besinnt sich wieder in den Bereich Modellbahn. Und du hattest ja auch nochmal gesagt, dass mindestens fünf Grundberufe drinstecken. Also, liebe junge Eltern, was Besseres kann gar nicht passieren, als den Kindern eine Modellbahn verpassen. Oder sehe ich das falsch? Gut, also es kann sehr schnell auch im positiven Sinne zu einem Familienhobby werden, auch generationsübergreifend. Wir haben ja auch die Situation, dass es Jahre gab, wo das Hobby weniger in der Öffentlichkeit stand, weniger in den Kinderzimmern präsent war. Und dass dann also auch diese Beziehung Großeltern, Enkel, da natürlich auch sich wieder befruchten kann. Und dann sind plötzlich die Eltern auch mit integriert. Und drei Generationen betreiben dann gemeinsam das Hobby. Da bietet es sicherlich auch eine Menge Möglichkeiten und Chancen. Und das macht erst mal richtig Spaß, würde ich sagen, wenn die ganze Familie mitarbeiten kann. Ich möchte aber ganz kurz nochmal auf das vorher angesprochene Thema stationären Handel zu sprechen kommen. Wo geht die Reise hin in Zukunft? Was habt ihr da irgendwo Hinweise oder habt ihr irgendwo Gedanken? Wo geht das mal hin? War ja nochmal diese Problematik anzusprechen, Onlinehandel, stationären Handel. Gibt es da was? Ja, also grundsätzlich kann man schon sagen, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den Generationen sozusagen. Ja, die junge Generation ist es gewohnt, online zu kaufen, online sich zu informieren. Aber definitiv ist es so, die Chancen, die eben auch gerade der stationäre Handel hat mit dem Online-Bereich, ist der Mensch groß. Und dort entsprechend sehen wir auch unsere Zukunft generell. Das heißt, das Thema Ladenmieten, sonstige Sachen halt, die ganze Informationsfluss bis hin eben zum direkten Kontakt zum Kunden sind natürlich gerade im Social-Media-Bereich deutlich höher. Das heißt, die Traditionen selber, die wir halt kennen, in den Jahrzehnten lang, haben sich grundlegend geändert. Und junge Generationen, Anführungszeichen Ende, haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich zu informieren und auch andere Ansprüche dann halt. Aber nichtsdestotrotz, es wird immer einen stationären Handel halt geben, wo man entsprechend sich informieren kann. Aber das Kaufverhalten, allein schon durch die beruflichen Sachen, wird sich deutlich halt ändern. Das heißt, Online-Bereich wird immer am Punkt damit dabei sein und wird sich auch anders verteilen. Also, du plädierst bzw. du siehst zumindest in der Richtung in der Gemeinsamkeit zwischen Online- und stationären Handel, dass da also die Zukunft im gemeinsamen Verkaufen und Vertreiben von Modellwarenartikeln liegen wird. Ja, genau, lieber Frank. Genau, das sehen wir halt aktuell auch als Verbandsbereich halt und auch die Mitglieder aktuell auch in Rücksprachen, die wir mit den Mitgliedern halt haben. Es wird ein Gegenseitiges sein, sondern ein gemeinsames dann halt. Und das ist halt ganz wichtig für uns. Nun möchte ich zum Schluss der Sendung, die Sendezeit ist ja immer begrenzt bei mir, mal mit euch beiden einen Blick in die Glaskugel werfen. Ich weiß, das ist nicht ganz seriös, aber wo wird denn mal die Reise hingehen mit der Modellbahn? Ja. Man kann eigentlich nur hoffen, dass sie auf einem guten Weg bleibt. Und was man ja auch bei etlichen Neuheiten, die jetzt so in den letzten Jahren gezeigt wurden, dass es wieder einen Weg gibt, in die Kinderzimmer zu kommen. Das Nachwuchsthema dort wirklich beginnen zu lassen, dass auch so Umstiegsdinge von dem einen Spielgerät, ich sage jetzt mal Noppensteine, hin zur Modellbahn und solche Dinge, dass es da Verknüpfungspunkte gibt, dass also der Umgang mit der Bahn, die ja früher, ich sage mal, in unserer Kindheit ganz anders omnipräsent war, als es sie heute ist, dass also da Entwicklungen kommen, dass das Hobby wieder in die Kinderzimmer kommt, dass aber auch die Eisenbahn als Verkehrsmittel, Klimawandel und, 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 welche Stichworte alle da eine Rolle spielen, auch wieder im Alltag eine größere Rolle bekommt, dass also auch die Kinder und Jugendlichen mehr mit diesem Verkehrsmittel wieder in Berührung kommen. Es gibt ja Kinder und Jugendliche, die sind bald vorher und noch nie mit der Bahn gefahren. Das war ja nun früher unvorstellbar, dass da also Entwicklungen sind, die dann auch wieder dem Hobby Vorteile bringen. Und dass eben diese Spiele, diese Freizeitaktivitäten out of the box, ich gehe in den Laden, hole mir was, pack es aus, stell es hin und benutze es und meistens nach kurzer Zeit defekt, dass also mehr das Spielen, das Kreativsein, das Bauen, das Gestalten eine Rolle bekommt und nicht mehr das reine Konsumieren in der Freizeit. Wenn wir da wieder hinkommen, glaube ich, haben wir für die Modellbahn und auch für andere Bereiche eine Menge gewonnen. Das, glaube ich, war schon das richtige Schlusswort gerade, lieber Jürgen, du hast es ja eigentlich ein bisschen auf den Punkt gebracht, das Nicht-Konsumieren, sondern das Spielen, Basteln und Bauen, das, was das Hobby eigentlich ausmacht und das, was ich auch vorhin gesagt habe, liebe junge Eltern, kaufen Sie Ihrem Kind eine Modellbahn und fördern Sie die handwerkliche Geschicklichkeit bis hin zum Computer. Also ich denke mal, dass wir das so stehen lassen können, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war's, liebe Freunde. Damit sind wir am Ende von Freitalk angekommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Jürgen Wietheufer und Frank Hilverkus, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir auch etwas ausführlicher über das Thema Modellbahn zu sprechen und welche Lösungsansätze es um den Fortbestand des schönsten Hoffis der Welt gibt. Und jetzt hier nochmal die Adresse, wer Interesse hat, im Modellbahnverband von Deutschland Mitglied zu werden, weil der oder diejenige keine Möglichkeit sieht, im Verbandsleben eines örtlichen Modellbahnclubs teilzunehmen. Und ich denke mal, bei Jürgen und Frank seid ihr bestens aufgehoben. Das weiß ich ganz genau. Danke nochmal für das Gespräch. So, liebe Freunde, das war mein etwas längerer Freitalk für diese Woche. Wir machen jetzt auch ein wenig Ferien, denn die vielen Helfer vor und hinter den Kameras bis zur Technik wollen auch mal verdienterweise ausspannen. Deshalb auch hier mein Dank an das Team vom Medienpartner um Stefan Eberhardt. Erholt euch also ebenfalls gut. Wir sehen uns dann wieder ab Mitte August auf gleicher Welle und Kanal und immer daran denken, wie lautet der Spruch? Genau, hoch die Hände, Wochenende, ran an die, die Modellbahn. Also dann, tschüss, ihr Frank Buttig. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 've gott cuff ist. Globfy. Tschüss. Gitar des Bl视 weisenkü và ich thuere onges shared des Olserskaltars симwärs. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020